Jetzt ist die Post abgegangen und wenn man dann irgendwie mit seinem Liebsten tanzen geht und da so über die Tanzfläche schwebt, das ist ja dann gleich doppelt so schön. Was machen Sie da? Die Luftgüte testen? Sie machen ein 360 Grad Video, muss ich mich umdrehen. Das haben wir jetzt auch aufgenommen. Man muss alles immer live gleich umsetzen. Soll ich Sie auch einmal filmen? Sie sind ja nie drauf. Sie sind auf dem 360 Grad Video drauf. Ein Sonderapplaus für den 360 Grad Filmer. Videofilmer. Also ich bin die Monika und Sie sind ja... Hallo Christian, da unten steht er. Ja genau. Sie müssten das Stamm so runterbiegen, das... Nein, das geht automatisch. Wieso? Die schaut ja immer mich an, die Kamera. Die macht das von selber. Das glaube ich nicht. Die schaut immer da her. Ja wo? Die dreht sich ja nicht. Es sind zwei Kameras. Es sind zwei Kameras. Und wo sieht man das dann im Fernseher? Auf News on Tour. Auf News on Tour. Auf News on Tour. Kennen Sie das? Ich auch noch nicht. Aber jetzt haben wir es kennengelernt. Meine Lieben, ich möchte mich bei Ihnen jetzt insofern bedanken, weil Sie einfach so aufmerksam...